Herzlich willkommen zur schlecht gemalten Deutschlandfahne, herzlich willkommen zu der Literaturshow, die Fakten, Fiktion und Fusel mixt. Mein Name ist Rebecca Maria Salentin. Ich darf heute begrüßen als meinen Co-Moderator Adrian Kassnitz vom Kölner Literaturclub und zusammen freuen wir uns ganz doll, dass heute Lena Gorellik mit ihrem neuen Buch, Wer wir sind, bei uns ist. Hallo Lena. Hallo, ich freue mich auch sehr. Hi. Ich möchte euch als erstes was zu trinken anbieten. Was wollt ihr trinken? Ich habe Bier, Wein oder ganz schlicht Wasser? Ich bleibe erst mal beim Wasser, weil ich kriege ja noch was anderes zu trinken, habe ich gehört. Ja, das kommt erst später. Und du? Ich bleibe auch beim Wasser, obwohl ich mir bei der Getränkeauswahl im Supermarkt was gedacht habe. Ich habe Wein aus Baden-Württemberg mitgebracht. Ich kann das ja mal hier so kurz, ja. Wir haben Wein aus Baden-Württemberg. Und Bier aus Leipzig. Und dann füge ich das gleich auch hinzu und Wodka aus St. Petersburg. Genau, ihr habt den richtigen, ihr habt den guten, ja. Ich kenne mich mit Wodka nicht aus, ich stand ein bisschen hilflos vorm Regal. Aber du hast den richtigen gewählt, den hätte ich auch gekauft. Ja, weil ich habe gesehen, in St. Petersburg dachte mir, den kaufe ich für Lena. Aber der kommt erst später zum Einsatz. Unsere Show besteht aus drei Teilen. Schwarz-Rot-Gold, schlecht gemalt, ganz nach unserem Namen. Der erste Teil ist Fakten, 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 schwarz auf weiß. Wir stellen Lena vor mit skurrilen Fakten aus ihrem Leben. Das würden wir jetzt machen, Lena. Du kannst sich derweil zurücklehnen. Normalerweise streuen wir unter diese Fakten einen Fake, den das Publikum enttarnen darf und würde dann auch schon das erste Buch gewinnen. Das geht natürlich heute nicht. Trotzdem verlosen wir drei Bücher, aber erst im zweiten Teil. Und deswegen haben wir keinen Fake reingestreut. Heute gibt es also nur Fakten über Lena. Oh, schade. Ja, es ist wirklich ein bisschen schade. Also ich habe die Fakten zusammengestellt und Adrian wusste nicht, dass der Fake fehlt und hat gefragt, was ist der Fake, was ist der Fake? Wir können dir ja vielleicht nachher verraten, was er dachte. Genau, das wollte ich gerade fragen. Ich bin sehr gespannt. Okay, ich fange an. Lena wurde 1981 in Leningrad, den meisten bekannt als St. Petersburg, geboren. Ihr Onkel verkündete schon zu ihrer Geburt, soll sie Poetin werden. Und tatsächlich war sie im Fabulieren schon immer gut. In der Grundschule berichtete sie lebhaft von ihren elf Geschwistern, darunter schwer lungenkranke Zwillinge. Das brachte ihr viel Aufmerksamkeit und ihrer Mutter einen peinlichen Moment, denn in Wahrheit hat Lena nur einen Bruder. Lena war aber auch eine begnadete Unternehmerin. Sie gründete Theatergruppen und ein Schülercafé, in dem die Kinder selbstgebackene Köstlichkeiten kredenzten. Da sie es mit der Hygiene nicht so genau nahmen, legten sie einmal die gesamte Elternschaft durch eine Lebensmittelvergiftung lahm. Eins ihrer Lieblingsbücher war das Buch Zwiebelchen des Italieners Gianni Rodari, in dem sich die titelgebende Zwiebel als Robin Hood der Gemüsewelt für seine unterdrückten Gemüsefreunde einsetzt und gegen das Herrschergemüse kämpft. Vielleicht resultiert daher Lenas absolutes Gerechtigkeitsempfinden. Das geht so weit, dass sie es nicht erträgt, wenn ein paar Socken länger in der Schublade liegt als ein anderes. 1992 kamen die Gorelix als Kontingentflüchtlinge mit dem Zug nach Baden-Württemberg. Geburtsstunde des Familien-Teigtaschen-Disputs. Einzig Lenas Vater mag Maultaschen, alle anderen schwören natürlich auf Pelmeni. Mit 18 jobbte Lena in einer Kabelfabrik. Sie musste dringend Geld verdienen, weil sie den nagelneuen Mercedes des Vaters einer Freundin zu Schrott gefahren hatte. Eintönige Fabrikarbeit war nichts für sie, also studierte sie hernach an der Deutschen Journalistenschule. Das war aber auch irgendwie langweilig und so landete sie in einer Schreibwerkstatt von Stan Nadolny. Und schwupps kam der erste Buchvertrag für Meine Weißen Nächte. Lena schreibt am liebsten im Café, denn sie hat die selbst auferlegte Schreibregel, sich nach fünf Seitentext ein Stück Kuchen verdient zu haben. Wer wir sind, ist übrigens schon ihr elftes Buch und ganz schön viele Kuchenstücke sind dann vermutlich schon durch dich hindurchgegangen. Man könnte das jetzt ausrechnen. Das wäre eigentlich eine gute Matheaufgabe für, weiß ich nicht, vierte Klasse oder so. Was ist der Durchschnitt deiner Bücher an Seiten? Ja genau, also ich glaube, es sind immer so zwischen 300 und 400 und wenn man das zusammenrechnet und durch fünf teilt, habe ich echt viel Kuchen gegessen. Ja, das erscheint mir auch so. Ich lese noch den letzten Fakt vor. Bei Lesungen erlebt Lena zuweilen Skurriles. Jemand reichte ihr sein eigenes Manuskript mit den Worten, es sei viel besser als ihres. Ihr wurde vorgeworfen, den Kommunismus nicht wertzuschätzen. Und ein Fan reiste ihr sogar von Stadt zu Stadt nach mit der Begründung, sie erinnere ihn an seine frisch desertierte Ex-Freundin. Dabei hatte der Mann Frau und Kinder. Ja Lena, das ist dein Leben in kurzen, knackigen Fakten. Ich hoffe, wir haben es gut zusammengefasst. Ihr habt es gut zusammengefasst. Ich bin immer noch verwirrt angesichts meines Lebens, so kurz zusammengefasst in skurrilen Fakten. Ich muss noch drüber nachdenken, was das so bedeutet, wenn man das so zusammenfasst. Und ich würde jetzt gerne wissen, was du für einen Fake gehalten hast. Ich habe dieses Buch, dieses Zwiebelchenbuch, das kenne ich nicht und das kam mir sehr absurd vor. Es ist tatsächlich, also es kennt, ich habe das nämlich auch mal versucht zu finden auf Deutsch. Es wurde nie aus dem Italienischen ins Deutsche übersetzt. Das ist von einem sehr kommunistisch orientierten Italiener gewesen, der, glaube ich, schon lange nicht mehr lebt. Und es ist wirklich, also es ist quasi die klassische Geschichte von, also ich glaube, die Tomaten sind es, die quasi die Gemüsewelt regieren und die Zitronen sind die treuen Soldaten und die, und der kleine Zwiebeljunge rettet sozusagen, also veranstaltet einfach eine Revolution und das Volk, also die Gurken und die Zwiebel und weiß ich nicht, die Salatblätter und die Radieschen kommen zum Zuge und regieren dann. Genau. Sehr schön. Ja. Ja, wir können eigentlich schon nahtlos übergehen zum zweiten Block, dem Fusel. Das ist bei uns der Club der roten Lichter und zwar deswegen, weil ich mache jetzt, ich mache jetzt ganz hier möglich für unsere Plauderstunde. Ich mache jetzt überall hier so kleine rote Lichter an und dann mixte ich den Cocktail. Perfekt. Und zwar ist es bei uns so, wir mixen immer für jeden unserer Gastautorinnen einen Cocktail, der auf das Buch zugeschnitten ist. Und bei dir haben wir uns inspirieren lassen. So, ich hoffe, man sieht das überhaupt hier, meine schönen roten Lichter. Ich sehe es. Ja, ich schiebe das Ding jetzt mal hier ran. So, jetzt wird gemixt. Bei dir haben wir uns ganz doll inspirieren lassen von den Beschreibungen deiner Sommer auf der Datscha deiner Großeltern. Aber keine Angst, Zwiebeln sind ja nicht drin im Cocktail. Ich bin beruhigt. Wir haben eigentlich, wir haben so geguckt, okay, was für Geschmäcker kommen vor. Saure Gurken, saure Salzgurken. Okay, haben wir gedacht, ist nicht so gut. Aber rote Beete kommt rein. Okay, ich bin gespannt. Dann hast du viel von Beeren, also Stachelbeeren, Himbeeren, Brombeeren. Da war uns klar, okay, die müssen rein. Und natürlich, natürlich, natürlich Wodka. Das ist klar. So, ich werde jetzt ein bisschen mixen und normalerweise, wenn wir mit Live-Publikum sind, ist das so, ich mix den Cocktail, wir trinken den, wir plaudern, das machen wir auch gleich und dann darf das Publikum einen Namen vorschlagen und du dürftest dir deinen Favoriten aussuchen und unter diesem Namen gäbe es den Cocktail einen Monat lang in der Theaterkneipe. Das fällt jetzt leider aus, aber wir haben im Vorfeld unsere Follower gebeten, Vorschläge zu machen und diese Vorschläge habe ich alle aufgeschrieben. Die werden wir dann gleich reihum vorlesen und du darfst dir deine drei Favoriten. Ja, drei, weil wir haben drei Bücher zu verlosen und wir müssen das ja irgendwie ein bisschen anders machen als sonst und deswegen verlosen wir jetzt alle drei. Das heißt, du darfst, es ist für dich gar nicht so schwer, weil du darfst drei aussuchen. Aber der Cocktail braucht doch nur einen Namen. Ja, aber... Ich weiß, Sie wollen drei Bücher, aber kann ich dann die drei Namen zu einem mixen, damit der Cocktail... Ja, das darfst, also das ist dein Cocktail, du darfst machen, was du willst. Okay, also Achtung, ich fange an. Ich hatte noch nie einen eigenen Cocktail. Ja, ich bin gespannt, also wir sind gespannt ein bisschen, ob und wie er schmeckt. Ich fange an mit Eiswürfeln. Das muss so sein, bei jedem guten Cocktail kommt Eis rein. Dann haben wir Bären und zwar habe ich mich inspirieren lassen von einem Zitat aus deinem Buch und da sagen deine Eltern, deine Mutter sagt, kauf Lenotschka Bären und dein Vater fragt, welche? Blaubeeren, Himbeeren, alles was du siehst, Stachelbeeren, die liebt sie am meisten. Also kommen jetzt hier rein, ein Löffelchen. Ich finde es auch toll, weil der Cocktail ist rot, der passt so schön zu unserem Club der roten Lichter und zur roten Plauderstunde. Und es sieht sehr gesund aus, finde ich so, es sieht so nach Vitaminen aus. Die hat man auf jeden Fall drin. Also es ist so ein bisschen, der Beerenmix ist so ein Tiefkühlbeerenmix, aber ergänzt um Preiselbeeren. Ja. Und jetzt kommt ein bisschen Vanillezucker rein. Du hast mir im Vorfeld gesagt, ich habe dich gefragt, was du magst und du hast gesagt, nicht zu süß und nicht zu klebrig. Ich glaube, das kriegen wir hin. Aber ein bisschen süß muss es sein. Also eine Prise Vanillezucker. Ich mache mal so nach Augenmaß. Und jetzt kommt rote Beete-Saft. Aber wir muten dir nicht rote Beete-Saft pur zu. Wir haben den auch wieder mit so einem Beerenmix-Saft gemischt. Das finde ich sehr löblich von euch. Wir haben vorher getestet und das mit rote Beete war irgendwie, also auch lecker, aber irgendwie passt es nicht zu den Beeren so richtig. Ja, es hat mich kurz beunruhigt, das Wort rote Beete und Cocktail in einem Satz. Und ich finde es gut, dass ihr das so ein bisschen aufgeweicht habt. Oh, das liegt an diesem Gemüsebuch. Nein, das liegt an den Sommern auf der Datscha, wo es auch Borscht gab. Wir wollten das irgendwie zitieren. So, jetzt kommt das Wichtigste, der Wodka natürlich. Was sagt ihr? Einfach schwupps rein? Oder soll ich hier so ein... Nein, lass das Ding weg. Okay, also richtig schwupps rein. Ja, du sagst Stopp. Und wenn ich nicht Stopp sage? Dann mache ich immer weiter. Stopp. Das war ungefähr so dreimal so viel, wie ich reingetan hätte. Adrian, möchtest du auch Stopp sagen? Ich bin einfach genauso wie Lena. Okay, dann mache ich euch das nach, obwohl ich glaube, es ist... Also ich glaube, der hat ordentlich Bums. Lena, wir freuen uns, dass du da bist. Wir freuen uns, das ist die erste Show, die wir nicht von irgendeinem Bildschirm zu Hause machen. Ich freue mich viel mehr als ihr, deswegen auch der viele Wodka, um zu zelebrieren, dass wir nicht mehr zu Hause vor Computern sitzen. So, dann mal Prost auf dich. Prost. Prost, Rebecca. Prost, ihr da draußen. Er hat auf jeden Fall mega Bums, das kann ich euch schon mal sagen. Also entweder hat man jetzt den Wodka oben pur abgetrunken oder es ist richtig mit Karacho. Was meinst du? Ich glaube, dass der Wodka sich noch nicht genug vermischt hat, erstens. Und zweitens finde ich total interessant, dass er nach roter Beete riecht, aber nicht nach roter Beete schmeckt. Also er schmeckt mehr nach Wodka und Beeren als nach roter Beete und wenn man daran riecht, dann riecht es aber nach roter Beete. Das stimmt, du hast recht. Möchtest du gerne erst mit uns ein bisschen plaudern über deine Arbeit, dein Leben und dein Buch oder möchtest du erst die Cocktail-Vorschläge? Ich glaube, ich möchte erst mit euch plaudern und dann quasi als Belohnung die Namensvorschläge. Okay, dann plaudern wir ein bisschen über dein neues Buch. Es ist, glaube ich, ganz frisch, erst eine Woche draus. Ja, es ist noch ganz klein und jung. Ein kleines Baby noch. Genau, es darf eigentlich noch gar nicht alleine unterwegs sein. Und in diesem Buch, Wer wir sind, spielst du sehr viel mit Erinnerung. Es geht ganz oft um etwas, was die Hauptfigur, die auch Lena Gorelick heißt, erinnert und was ihre Eltern oder andere Bekannte oder Verwandte anders erinnern. Da gibt es zum Beispiel so eine Szene, wo deine Mutter sich erinnert, wie sie dich gepflegt hat, als du krank warst. Ich sage jetzt immer du, es steht Roman vorne drauf. Du kannst trotzdem du sagen, aber wir können noch auf die Frage zu sprechen kommen. Genau, die kommt dann noch. Und wo du das beschreibst, du warst krank, deine Mutter hat dich gepflegt und sie erzählt dann, ich saß neben dir und habe dich gestreichelt und deine Stirn kühlten, wo du denkst, ja, aber ich habe immer oben geschlafen im Stockbett. Wie kann das sein? Und ein Satz aus deinem Buch ist, unsere Erinnerungen legen wir uns zurecht in erzählbare Geschichten. Und meine erste Frage an dich wäre zum einen, wie genau das dann auch in deine Erzählperspektive eingeflossen ist, also was sich unter deinen Fingern beim Schreiben quasi verselbstständigt hat und ganz von allein zu einer Verschiebung einer Geschichte oder einer Erinnerung wurde. Und ob du glaubst, dass Geschichte schon auch immer das ist, was wir selbst für uns erinnern und eigentlich auch frei von einem Anspruch auf die eine gültige Wahrheit. Denn jeder erinnert ja Sachen anders, so wie wahrscheinlich auch jeder von uns diesen Cocktail ein bisschen anders schmeckt oder andere Assoziationen damit hat. Also ich glaube, dass jedem, der oder die schreibt, sehr bewusst ist, dass jede Erinnerung, aber auch vor allem jede Geschichte nichts weiter ist als eine Version von vielen. Also es beginnt ja schon damit, dass wenn ich anfange, etwas zu erzählen und erst recht es aufzuschreiben und zu verschriftlichen für andere, entscheide ich mich ja permanent. Also ich entscheide mich aus, in welcher Zeit ich das erzähle, ich entscheide mich für die Länge der erzählten Zeit, ich entscheide mich für die Perspektive, ich entscheide mich für die Sprache, ich entscheide mich für jedes Wort, für jeden Buchstaben, für jeden Punkt. Das heißt, ich bin mir bei jedem Punkt und bei jedem Buchstaben, den ich setze, bewusst, dass es auch eine andere Möglichkeit gäbe, exakt dieselbe Geschichte zu erzählen. Und das ist etwas, was ich mir beim Schreiben dieses Romans noch viel bewusster und auch zu eigen gemacht habe, indem ich es thematisiert habe, weil es natürlich bei Erinnerungen immer die Frage ist, wenn ich das so erzähle, eigne ich mir damit nicht die Perspektiven anderer an. Und wer bin ich, dass ich es mir anmaße, mir die Geschichten zu nehmen und zu erzählen. Und deswegen war es mir beim Schreiben oder meine Antwort darauf war, dass ich genau diesen Gedankengang im Schreiben mitbehandele. Also dass ich mir eben nicht anmaße, zu sagen, so war es. Ja, es ist ja ein sehr persönlicher Roman oder eine Autobiografie und es handelt von Familie und dann kommt man natürlich schnell an diesen Punkt, wo man sich fragt, wie kann man über die Familie schreiben, ohne sie natürlich ja auch irgendwie in der Öffentlichkeit so fortzuführen. Ja, was ist deine Antwort darauf? Meine Antwort darauf ist, dass ich gehofft habe oder hoffe, dass ich zu keinem Zeitpunkt irgendjemanden vorgeführt habe. Deswegen war es mir ja unter anderem wichtig, immer festzustellen, dass es eben meine Art der Erinnerung ist. Und für mich ist alles sehr liebevoll oder voller Liebe geschrieben. Ich weiß nicht, ob man es auch anders lesen kann oder man kann es mit Sicherheit anders lesen. Ich habe mich sehr viel mit der Frage beschäftigt und ich habe auch sehr lange, ich wollte gerade sagen, darüber nachgedacht, ob ich es schreibe. Aber ich würde sagen, ich habe sehr lange das Buch nicht geschrieben. Also ich habe mir sehr viele Jahre Mühe gegeben, es nicht zu schreiben. Und ich habe viele autofiktionale Bücher gelesen in den vergangenen Jahren, bei denen ich das Gefühl hatte, es ist möglich zu erzählen, auch Schmerzhaftes zu erzählen, auch Brüche zu erzählen, ohne zu verletzen. Also zumindest in meinen Augen. Und dann habe ich gedacht, ich habe es gar nicht gedacht, sondern ich musste es einfach versuchen. Es war eigentlich gar kein Gedanke. Ich glaube halt auch, dass es so ein Unterschied ist. Man kann natürlich irgendwie so daherpoltern wie Knausgott. Oder ja, und ich habe auch sehr das Gefühl, dass es in seinem Buch ein sehr liebevolles Buch ist, ohne kitschig zu sein, halt auf einer anderen Ebene. Ja, das war mir auch wichtig. Das war der andere Punkt, der mir sehr wichtig war, nämlich nicht kitschig zu sein. Also das, finde ich, ist dir auf jeden Fall gelungen und das Liebevolle auch. Es gibt einen Satz in deinem Buch, der mich ganz, ganz, ganz doll berührt hat. Da schreibst du über die erste Zeit in Deutschland, als ihr in einem sogenannten Asylantenheim, also in seiner Wohnbaracke gelebt habt. Viel länger als gedacht, geplant. Und da schreibst du über diese Zeit, es bleibt für immer an mir kleben, wie lange dauert es, bis ich sagen kann, zum Glück. Und ich fand diesen Satz, das hat mich so berührt. Und ich würde gerne, wenn es dir nicht zu privat ist, wissen, warum dein Buch trotzdem als Roman geführt wird. Er wird als Roman geführt, weil es ein Roman ist. Also es war keine Verlagsentscheidung. Oder ich glaube, wir waren uns einig, der Verlag und ich waren uns sehr schnell einig, dass es ein Roman ist. Weil für mich, also die Kunst des Romans und das ist, glaube ich, gibt verschiedene Definitionen. Ich glaube, die deutschen Definitionen sind immer noch ein bisschen enger als die in anderen Sprachen. Für mich ist, die Kunst des Romanschreibens besteht darin, wie ich etwas erzähle und wie ich mit Sprache umgehe. Die Perspektive, für die ich mich entscheide. Der Stil, den ich treffe oder auch nicht treffe. Und nicht in der Frage, was ist erfunden und was nicht. Also es ist einfach vollkommen abstrus, das Romanschreiben, in meinen Augen zumindest, auf den Plot und auf das Erfinden von Geschichten zu reduzieren. Deswegen ist das für mich ganz klar ein Roman. Und hast du die Geschichte unter anderem auch deswegen so lange mit dir rumgetragen, weil dir ein bisschen die Form noch nicht ganz klar war, in der du das erzählen willst? Oder war das wirklich eher so dieser Zwist mit dem, okay, wie mache ich das, ohne dass jemand sich seiner Privatheit irgendwie beraubt? Also ich glaube, es waren eher zwei, es war nicht die Form. Die Form war tatsächlich, war das, glaube ich, der Roman für mich, bei dem die Form sofort da war. Also ich kenne das sonst so, dass ich viel, viel länger nach einer Sprache suche. Also dass ich richtig graben muss, bis ich die richtige Sprache oder den richtigen Sound, den ich meistens irgendwie schon im Kopf habe, aber nicht finde. Es ist dann immer wie so, ich weiß, dass ich was suche, aber ich weiß nicht genau, was ich suche. Und das war diesmal nicht da, das Problem. Also der Ton war sofort da oder die Form. Aber es waren tatsächlich zwei Fragen. Erstens die Frage eben nach, darf ich das? Und wem gehört die Geschichte? Und die zweite war die Knausgart-Frage. Also wer zum Teufel, also wer bin ich, um aufzuschreiben, was mir verdammt nochmal passiert ist? So who cares? Genau, das waren so die zwei Fragen. In dem Roman gibt es ja auch so mehr am Anfang diesen Schrank, den die Lena Gorelick aus dem Buch mit aus Amsterdam bringt. Und ja, aus Sicht der Familie eine völlig unsinnige Anschaffung, weil ziemlich teuer und da passt so wenig rein. Aber die Lena aus dem Roman bewahrt da halt sehr wichtige Sachen drin. Das ist wie so ein kleines Religienschränkchen, wo ein Brief enthalten sind, Fotos. Und auch überhaupt Dinge spielen ja auch eine ganz wichtige Rolle in dem Roman, die immer wieder so wie, ja, es sind eigentlich keine sehr, also vielleicht bis auf die Barbie keine sehr materielle Dinge, aber viele Dinge, die so Erinnerungen auslösen. Eine Frage, gibt es diesen Schrank wirklich? Ja. Und wie ist dein Verhältnis zu Dingen? Kannst du dich auch, also gibt es die Barbie noch immer oder kannst du die auch irgendwo mal loslassen? Oder werden die immer weiter mitgestimmt? Also die Barbie gibt es, glaube ich, tatsächlich, also ich habe sie nicht, aber ich glaube, dass meine Eltern sie irgendwo auf dem Dachboden haben. Zumindest meine ich das mal so verstanden zu haben. Aber die Dinge, und das ist tatsächlich, also der ist, ich weiß nicht, der ist vielleicht so groß, aber wirklich sehr schmal. Also da passen nur kleine Dinge rein. Und die Dinge, die da drinstehen, an denen hänge ich wahnsinnig. Und zwar nicht deshalb, weil ich an Dingen hänge, sondern weil ich nicht so viele Dinge habe aus meiner Kindheit und aus dem, wo ich herkomme. Und also ich habe letztens darüber nachgedacht, ich habe für meine Kinder, also jeweils eine Kiste, wo ich dann so Dinge, also keine Ahnung, das jeweilige Lieblingsspielzeug aus, also Dinge, die sie aussortieren, aber die aber wichtig waren. Und ich habe festgestellt, also deren Kisten sind jetzt schon voller, als meine das jemals wäre. Also meine Dinge passen in diesen Schrank, weil es einfach auch so war, dass wir bei der Ausreise natürlich irgendwie nicht viel mitnehmen konnten. Und erst recht nicht irgendwie, also jetzt einen großen Teddybären mitzunehmen, mit dem ich mal gespielt habe, das wäre nicht in Frage gekommen. Das heißt, also die Dinge, die ich aus meiner Kindheit habe, sind dann halt alle höchsten so groß. Und es gibt nicht so viele davon. Und deshalb hänge ich, glaube ich, auch mit einer anderen Kraft an denen. Und das gilt auch für den Diplomatenkoffer? Genau. Es gibt diese Geschichte. Also es gibt einen Koffer, der ist, naja, halt wie so ein Aktenkoffer. Aus Leder und so zwischen Gelb und Orange. Und in dem, also meine Familie, wir sind tatsächlich mit dem Zug ausgereist. Das heißt, alles, was wir mitgenommen haben, musste irgendwie tragbar sein von dieser Familie. Also da war nichts mit, wir schicken was nach und es kommt noch ein Container. Und alle Papiere, also alles, keine Ahnung, alle Geburtsurkunden, Heiratsurkunden, Diplome, also alles irgendwie an Papieren und auch alles an Geld, was nicht viel war, hat mein Vater in diesen Aktenkoffer gepackt. Und ich glaube, also vielleicht übertreibe ich, aber so geht die Geschichte in der Familie. Also er hat diesen Koffer quasi die gesamte Reise nicht losgelassen und dieser Koffer, an dem hängen erstens sehr viele Geschichten in der Familie und an dem hängen wir auch alle. Also mein Bruder und ich haben uns auch mal gestritten, wer den Koffer eigentlich bekommt und erbt und ich habe den jetzt. Aber dabei waren ja irgendwie die Dokumente dann, die Zertifikate, Abschlüsse irgendwie recht wertlos und das eigentlich Wertvolle toben die Frauen in ihren BHs. Gibt es die BHs auch, wenn die ich wünsche? Nicht, dass ich wüsste, ich habe nie danach gefragt. Genau, also die Geschichte dazu ist vielleicht die, dass tatsächlich, also als man in den 90ern ausgereist ist, haben die Zöllner an der russisch-polnischen Grenze sich relativ willkürlich verhalten und haben den Ausreisenden, weil man denen ja auch so ein bisschen ausgeliefert war, gerne Dinge weggenommen. Und deswegen haben dann quasi, wurde das Geld in den BHs versteckt. Wenn ich ehrlich bin, ich mache das auch, wenn ich verreise. Ach, tust du? Wenn ich viel Geld dabei habe und verreise. Ich finde, das ist das beste Versteck der Welt. Ich bin beruhigt, dass das jetzt nicht nur in meiner Familie vorkommt. Nein, das machen, glaube ich, ganz viele. Ja, aber ich finde auch diese Situation an der Grenze, also das ist halt so etwas, was man sich irgendwie nicht genug vorstellen kann. Das ist so, ich meine, man hat das Alte aufgegeben. Man hat die ganzen Dinge verschenkt, bis halt auf diese neuen Gepäckstücke, die ihr dann mit hattet. Und es gibt halt irgendwie kein Zurück. Also selbst wenn man zurück könnte, hätte man gar nichts mehr. Also man muss halt irgendwie weiter und das muss dann halt auch klappen. Das ist halt irgendwie so eine sehr brenzlige Situation. Ja, deswegen hat man da, also wenn ich mich richtig erinnere, ist man da auch richtig logistisch vorgegangen, indem man quasi sozusagen in den Koffer dann Dinge gelegt hat, von denen man wusste oder auch ein bisschen Geld wahrscheinlich. Das können die Zöllner einem wegnehmen. Dann gehen die davon aus, dass die ein bisschen was haben und den Rest hat man versteckt. Also weil man ja auch angewiesen war. Und das wussten die natürlich auch, dass man denen ausgeliefert war. Das war so eine ganz klare Machtsituation. Ja, um nochmal auf die Dokumente zurückzukommen, die in dem Koffer stecken. Du hast eben gesagt, unter anderem die Diplome deiner Eltern, die sie dann ja gar nicht gebraucht haben in Deutschland, weil sie nicht in ihren Berufen arbeiten durften, weil diese Diplome hier nicht anerkannt wurden. Das war so. Und in dem Buch, was mich persönlich auch sehr berührt und teilweise geschmerzt hat, ist die Beschreibung der Eltern der Lena aus dem Buch. Wie sie anfangs in Deutschland zum Beispiel von Busfahrern blöd angemacht werden, weil sie nicht perfekt Deutsch sprechen. Und wie sie eben nicht in ihren Berufen arbeiten können. Wie sie versuchen, sich zurechtzufinden und irgendwie aber auch auf so eine ganz süße Art versuchen. Also manchmal tut es richtig weh und manchmal ist es aber auch so herzergreifend, wie sie versuchen, sich so der Moderne anzupassen. Auch teilweise auf die Erziehung der Enkelkinder, also der Kinder der Lena aus dem Buch. Und ganz zum Schluss ist dein Buch ja sehr aktuell. Da geht es dann auch um die Pandemie und um die Isolation und wo die Eltern ganz lange nicht besucht werden können. Und war das auch noch für dich mehr ein Anlass, dieses Merken, was einem fehlt in der Pandemie, was an Nähe fehlt? Hat das auch mit da reingespielt, dass du dieses Buch jetzt schreiben wolltest und musstest? Oder hattest du vorher schon angefangen, aber es hat dann dadurch nochmal einen besonderen Twist bekommen? Ich glaube, dass, also ich habe schon vorher dran geschrieben, oder auch nicht dran geschrieben, aber ich glaube, dass, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe die Pandemie auch als einen Zustand erlebt, wo man anders gelernt hat, zuzuhören. Also, weil man, weil man sich anders unterhalten hat, weil man, also es gilt nicht nur für Familie, es gilt auch für FreundInnen, weil man, weil man sich, wenn man jemanden gesehen hat, hat man den oder die sehr bewusst gesehen, ja, weil man so wenige gesehen hat. Und wenn man miteinander gesprochen hat, dann war es, ich habe das als ein sehr bewusstes Sprechen und Hören erlebt. Vielleicht, weil es auch weniger wurde und weil es nicht so war, ich trinke mit dem einen Kaffee und dann trinke ich mit dem einen Kaffee und dann telefoniere ich mit dem und den treffe ich im Zug. Und so habe ich das auch mit meinen Eltern erlebt, dass einfach die Telefonate, die man ja auch mehr geführt hat, tiefer waren, länger dauerten und ich die bewusster geführt habe. Also eben nicht irgendwie von, auf dem Weg vom Bahnhof zum Hotel auf Lesereise kurz mal sagen, irgendwie, hey, wie geht es euch, mir geht es gut, ciao. Sondern eben ein bewussteres Sprechen und weil ich glaube, dass dieses, also dass dieses auf sich zurückgeschmissen werden, was wir ja alle erlebt haben, dass man sich quasi um einen inneren Kreis gedreht hat, einem auch die anderen hat mehr vor dem Auge wachsen lassen. Also so ging es mir. Es war, als könnte ich meine Familie besser erkennen. Und das hat natürlich ins Schreiben mit hineingespielt. Also diese Nähe, die eigentlich durch die Distanz entstanden ist. Und die Lena in dem Buch schreibt ihrer Mutter immer eine Postkarte von ihren Lesungen. Macht die Lena, die mit uns hier sitzt, das auch. Und hast du schon eine geschrieben heute? Nee, ich habe heute noch keine geschrieben, aber gut, dass du mich daran erinnerst. Ich werde das morgen gleich machen. Das freut mich. Dann richte bitte deiner Mutter ganz liebe Grüße von uns aus. Ich bin mir ja sicher, dass meine Mutter zuguckt hat. Dann viele Grüße von hier. Dann würde ich sagen, wir kommen jetzt zu den Vorschlägen für deinen Cocktail, die so fleißig verteilt wurden. Bist du, was mir aufgefallen ist, dass ich die Einzige bin, die hier weiter trinkt? Das hat bei uns Methode. Genau, also es sind so viele, dass jeder von uns neun vorlesen kann. Ich würde sagen, wir machen Reih um. Zieh eine Karte. Und du darfst auch eine ziehen. Und Lena, du darfst natürlich anfangen. Okay, ich lese gerade schon alle. Alles so Englisch, ne? Dream in red. Ja, das fällt mir jetzt erst auf. Dabei habe ich sie alle ordentlich abgeschrieben. Mir ist nur aufgefallen, dass red und summer und russian oft vorkommen. Jetzt kommt was ganz anderes. Just call me a dance drink. Oh, cool. Rusmopolitan. Eine Note Frühsommer. Auch schön. Hatten wir das gerade nicht schon? Deep red? Nee, wir hatten so etwas Ähnliches, ne? Ja, ein anderes red. Rote Lora. Nein, Zora heißt das. Zora, deine Schrift. Das habe ich mir nämlich gemerkt, weil es anders war. Russian Fire. Red Summer. Okay, jetzt habe ich ein Problem mit deiner Schrift. Was heißt das unterste? Gorilicious. Ich glaube, es ist dein Name mit Delicious für mich. Okay. Dann gibt es so ein Doppel-Memories-Mixed oder Mixed-Memories. Beides, zwei Vorschläge. Red Childhood-Memories. Okay, ich kann, also ich lese jetzt das vor, wo ich deine Schrift lesen kann und das letzte musst du nachher machen. Mund voll rot. Rubiniges Wässerchen. Add Stagram to everything. Aha. Und was du nicht lesen kannst, heißt Lena's Sarge in red. Ah, auch gut. Dann gibt es noch Russian Dream Sehnsuchtstraum. Und ich habe noch Cherry Berry. Wow. Und kannst du dir aus der Fülle überhaupt jetzt was merken können? Zwei Themen kommen ja vor. Ja. Drei Themen, ne? Also das Thema Rot, vier Themen. Das Thema Russisch, das Thema Kindheit und Sommer. Ja. Also mir fällt gerade noch was ganz anderes ein. Du hast noch Zeit, darüber nachzudenken. Ich finde, es gab jetzt keinen russischen Vorschlag. Und das finde ich schade, weil dein Buch, ganz abgesehen vom Thema, das es behandelt, funktioniert auch wie so ein kleines Einführung in die russische Sprache, weil du natürlich russische Begriffe russisch belässt, auch kyrillisch geschrieben, muss man sich erst daran gewöhnen. Wer es ein bisschen kann, hat das natürlich einfacher, aber sie werden halt auch immer sehr charmant direkt übersetzt, ohne dass man das Gefühl hat, so belehrt zu werden. Also man kann damit auch gut ein bisschen russisch lernen und dann auch mehr russische Vorschläge machen nächstes Mal. Adrian möchte vielleicht das Buch gewinnen. Aber das stimmt, ich habe jetzt durch dich… Aber Adrian hat keinen konkreten Vorschlag gemacht, deswegen kann er kein Buch gewinnen. Dieduschka und Babuschka habe ich jetzt durch dein Buch gelernt, wie man das auf kyrillisch schreibt. Ich dachte, das sei ein Vorschlag. Nein, nein, nein. Also ich bleibe dabei bei den Spielregeln, aus den dreien darfst du dir deine Favoriten… Ja, das ist aber auch schwierig, finde ich, weil es auch so viele sind, aber es ist auch toll, dass so viele mitgemacht haben. Und Lena wird… Ja, vielen Dank, weil ich bin ganz schlecht in so… also ich bin ganz schlecht in Titeln und für mich ist auch immer das Schwierigste am Buch eigentlich der Titel des Buches, deswegen freue ich mich sehr. Ja, also was ich auf jeden Fall total gut finde, ist Childhood Crush. Okay, also das erste Buch geht raus an Childhood Crush. Ich schreibe die GewinnerInnen danach nochmal an über Instagram. Und dann finde ich irgendwas mit Sommer, fände ich auch super. Ich muss mal gucken, welchen. Little Summer finde ich auch super. Herzlichen Glückwunsch, das zweite Buch geht an Little Summer. Und eigentlich finde ich, dass wir noch einen deutschsprachigen Namen brauchen, findet ihr nicht? Davon waren nicht viele dabei, die Auswahl ist nicht so groß. Vielleicht heißen alle Cocktails auf Englisch, oder? Ich überlege gerade. Sex on the Beach. Ich fand ja rubiniges Wässerchen auch nicht schlecht. Ich mag Wässerchen nicht, ich mag nicht, dass man Wodka immer mit Wässerchen übersetzt, das fällt für mich leider raus. Was fandet ihr denn? Dann sagt doch mal, was ihr außer rotes Wässerchen noch gut fandet. Ich fand Add Store Grum to Everything, aber der ist nicht deutsch. Aber den finde ich super. Den finde ich auch sehr gut, den sehe ich gar nicht. Der steht irgendwo hinten. Ja, den nehmen wir. Okay, leicht beeinflusst von mir. Herzlichen Glückwunsch, das dritte Buch geht raus an Store Grum to Everything. Ich schreibe die GewinnerInnen auf Instagram an und verschicke die Bücher. Ja, Lena, jetzt haben wir so schön geplaudert. Du, ein bisschen getrunken, haben wir ein bisschen weniger als du und jetzt kommen wir. Das lässt mich, also Entschuldige, das lässt mich ganz schlecht aussehen. Sollen wir mal schnell aufholen? Wir holen jetzt nach, weil du ja an der Reihe bist und dann können wir mehr trinken. Okay. Jetzt kommen wir nämlich zum letzten Teil des Abends, leider schon. Reden ist Silber, Lesen ist Gold. Das ist die eigentliche Lesung von Lena, auf die wir uns schon sehr freuen. Und währenddessen werden Adrian und ich heimlich ganz viel trinken. Das finde ich gut. Ich habe ein Stück ausgesucht. Das ist ein Moment, also quasi eine Erinnerung an eine Zeit, in der ich ziemlich neu in Deutschland war. Nicht viel kannte und auch, glaube ich, nicht besonders glücklich war. Und es so eine Bäuerin gab, die uns Kinder aus dem geflüchteten Wohnheim zu sich auf den Bauernhof eingeladen hat. Und das war quasi das Highlight des Lebens in Deutschland. Das Glück von Badeschaum, das Blasige, das weiße Glück. Wie bei weißen Menschen. Wie bei weißen Menschen, sagt Babuschka, sagt meine Mutter, sagen vermutlich viele in der Sowjetunion, vermutlich immer noch viele in Russland. Sagen sie einfach, ohne zu wissen. Sagen meine Mutter, meine Großmutter in Deutschland, wenn sie sich das neue Land greifen, dessen Luxus. Wenn sie sich Pralinen kaufen beim Aldi. Wenn sie Strickjacken aus den Wühlkisten bei C&A holen, nicht stundenlang dafür anstehen müssen, wie bei uns zu Hause. Wenn sie ein neues Verb gebrauchen, aussuchen. Wenn sie dafür andere werben, entsorgen. Habe heute diese Jacke gekriegt. Nein, nicht gekriegt, sondern ausgesucht. Bei C&A, wie bei weißen Menschen. Sagen sie bei jedem ersten Mal. Nach der ersten Fahrt mit der S-Bahn, nach der ersten Zugfahrt mit dem Regionalexpress, viel später bei der ersten Hotelübernachtung, immer häufiger, wenn ich etwas erzähle. Ich renne ihnen voraus, aber blicke zu selten zurück, um zu sehen, ob sie nachkommen. Was sagen sie dann? Dass ich zum weißen Menschen geworden bin, möglicherweise? Sie sind für mich hergekommen, für uns Kinder, und das haben sie nun davon. Dass die Kinder alles dafür tun, um nicht mehr die Iren zu sein. Ich sitze in diesem weißen Badeschaum. Wie bei weißen Menschen, so sitze ich darin. Ich habe noch nie von Rassismus gehört. Ich habe bis vor einer halben Stunde noch nie Badeschaum im wahren Leben gesehen, jenseits einer Leinwand. Ich habe mich bisher nicht gefragt, warum wir das auf Russisch so sagen. Stammt das Bild aus propagandistischen Filmen über die USA, in denen Weiße sich Sklaven halten, sich bereichern auf Kosten von Sklaven und von guten Menschen? Ich habe noch ganz andere Fragen zu klären, bevor ich mich diesen linguistischen, humanistischen widmen kann. Wie fühlt er sich an, dieser Badeschaum? Was passiert, wenn ich meine Hand in die weichen, zarten Blasen stecke? Ich habe ihn noch nie angefasst, den Badeschaum, und jetzt kann ich nicht aufhören, immer wieder hineinzugreifen. Weich wie das Wort, platzt, streichelt, legt sich vielversprechend über jegliche Fremdheit. Verspricht, mich zu beschützen. Schaum, so ein schönes deutsches Wort. Wir sitzen zu zweit in der Badewanne, die kleine und die große Lena. Ich bin die Große, ich elf, sie acht, sie die längeren Haare. Ich lockig, kurz, sie haben mir eine Frisur gemacht, bevor wir nach Deutschland kamen. In ein paar Monaten werde ich denken, zu. Zu lockig, zu braun, zu jüdisch. Werde feststellen, dass kein Glättegerät gegen diese Locken ankommt, das blondiert, nicht blond ist, und ich niemals in der Perfektion eines Reihenhauses leben, nie einen Vorgarten haben werde. Ich werde das Problem folgendermaßen lösen. Ich schenke meinen Eltern Tischsets aus Plastik, damit der Esstisch zumindest aussieht wie bei meinen deutschen Freunden. Aber wozu sind sie da, wird meine Großmutter nörgeln, die die Tischsets nachher samm der Plastikdecke wischen muss. Nun leg sie doch hin, wenn sie ihr so wichtig sind, wird meine Mutter sagen. Meine Großmutter legt sie hin und stellt tiefe Teller mit russischer Suppe drauf. Der Badeschaum umarmt uns größer, weiter, ferner, nah. Wenn ich hineingreife, wie alles, was ich mir von Deutschland versprach. Meine Liebe zu Deutschland besteht aus weißen Seifenblasen, die zwischen meinen Fingern zerplatzen. Geräuschlos, ohne Aufhebens. Wir sitzen in der Badewanne, das Telefon klingelt. Wir hören das Telefon nicht, wir sind dabei, den Schaum zu begreifen. Wir greifen ihn, lachen. Ich will nie wieder aufhören zu lachen, will in diese Badewanne bleiben, will nicht mehr zu meinen Eltern zurück, zu meiner Großmutter in dieses Wohnheim. Ich sitze in einer Badewanne, lege mir Schaum auf die Haare wie eine weiße Krone. Wie bei weißen Menschen. Sie haben im Westen das Glück in kleine weiße Bläschen gepackt, die wachsen können, wenn wir den Wasserhahn aufdrehen. Telefon für euch, kommt schnell, eure Eltern, ruft Anita. Aber wie sollen wir kommen, wo wir doch gerade in der Badewanne sitzen, wo wir doch in den Schaum tauchen? Ach was, nasse Füße. Unsere Eltern sind aus dem Wohnheim zur Telefonzelle marschiert, um uns anzurufen. Ach was, nasse, tropfende Haare, einmal lang, einmal locken. Die Telefonzelle ist gelb. Telefonbücher hängen darin, die niemand klaut. Wir wundern uns noch darüber, werden aber bald damit aufhören. Um zur Telefonzelle zu kommen, muss man das Wohnheimgelände verlassen, raus aus dem Stacheldraht. Man muss die große Landstraße überqueren, über die Ampel, dann nach links an der Bushaltestelle vorbei, nach rechts am Spielplatz vorbei, an dem mit der Seilbahn, immer geradeaus, bis man eine Allee erreicht. Die gelbe Telefonzelle ist beim Schwimmbad, dem mit der blauen Rutsche, da, wo die Schule ist, die, in der ich immerzu nur verstehe, dass ich nichts verstehe, in der entweder alle auf mich schauen oder vergessen, dass ich bin. Unsere Eltern sind zur Telefonzelle marschiert, sie haben Münzen gesammelt. Oder haben wir bereits herausgefunden, was Telefonkarten sind? Wissen wir, dass die Deutschen sowas Tolles erfunden haben? Deutschland ist ein Land aus wunderbar verrückten Erfindungen. Noch ist es das. Ich beginne, wir zu sagen. Wir sitzen in der Badewanne. Währenddessen hat irgendjemand im Wohnheim an die Zimmertür der anderen geklopft. Hör mal, sollen wir vielleicht diese Farmerin anrufen und fragen, wie es den Kindern geht? Da, dabei. Warte, ich hole meine Jacke. Ist doch kalt draußen abends. Pavel, komm her, nimm die Jacke. Wir gehen, rufen die Kinder an. Legen sie für den Telefonanruf zusammen, jeder ein paar Münzen? Oder gibt es jemanden, der diesen Anruf ausgibt? Jeder, zehn Pfennig vielleicht. Was kostet denn so ein Anruf? Einmal die Stimme der Kinder hören von dort, wo sie sind. Es fehlt ihnen jede Vorstellung von dort. Sie haben noch nie ein deutsches Dorf, einen deutschen Bauernhof gesehen. Kommt, kommt, eure Eltern, schnell. Aber raus mit euch. Sie wirft uns weiche, grüne Handtücher zu. Tropfende Haare, tropfendes Lachen, wie wir durch das Badezimmer stampfen und warum das bleibt. Diese Erinnerung an meine eigenen Badeschaumspuren, als ich mich umdrehe, meine ersten. Durch das Wohnzimmer, grauer Teppichboden, raus in den Hausflur, kalte Fliesen und die Treppe nach oben, wo das Telefon steht. Irgendwie in Handtücher gewickelt, die beim Laufen herunterrutschen und mit Glück in den Füßen. Damals, als das Wort Glück noch nicht so groß war, als es einfach in den Füßen stecken durfte und an den Zehen weiße Schaumblasen klebten, die man im Laufen verlor und das Geräusch, dass nasse Füße auf Fliesen klatschen und ich noch nicht wusste, dass das zu nah am Kitsch klebt, dieses Glück in Kinderfüßen und Stimmen, die sich am Telefon jagen. Mama, Mama, hörst du, wir haben gerade gebadet in so einer Badewanne, in einer großen und da war dieser weiße Schaum. Weißt du noch, wie in diesem Film, dem amerikanischen, den wir im Kino gesehen haben, zu Hause noch. So viel Schaum, er wächst nämlich immer, wenn man Wasser laufen lässt. Er ist wie Watte, aber noch weicher und von der Farbe so weiß wie Milch und außerdem gibt es hier einen schwarzen Hund mit so lockigem Fell, der heißt Buschel. Was nicht stimmt, der Hund hieß Wuschel. Es dauert aber, bis wir den Namen richtig hören. Zu viele neue deutsche Geräusche, die sich zu setzen, ohne Satzzeichen aufstellen und alles tun, damit wir sie eben nicht verstehen. Und wie groß die Enttäuschung, weil Buschel Wuschel heißt, obwohl Buschel so gut zu ihm passte. Und morgens holen wir die Eier ganz früh, also wenn ihr noch schlaft, direkt von den Hühnern im Stall. Die sitzen auf so einem Regal und wir essen zum Mittag auf einer Terrasse unter einem Sonnenschirm. Ja, deutsches Essen, ja, auch Fleisch. Ja, wir sagen Danke. Die machen Salat, aber so ganz, ganz komisch. Große Salatblätter in Essiggetränk, wie man das in Schwaben zubereitet. Die Salatblätter werden nicht geschnitten, keine Gurken, keine Radieschen, keine Tomaten, keine Smetana, obwohl bei Ihnen doch alles wächst hier auf dem Bauernhof. Alles außer Smetana, verstehe Sie einer, die Deutschen. Und ich bin gerade ganz nass, ja, direkt aus der Badewanne. Ich stehe hier überhaupt nur im Handtuch. Die haben ein ganzes Haus, nur für sich allein, nur diese Familie. Und wir sind Traktor gefahren und haben Kirschen gepflückt, rote, dunkelrote. So viele, wie wir wollten, während wir auf dem Traktor saßen. So viele, wie wir wollten. Und nein, ohne zu waschen. Wirklich, direkt vom Baum in den Bauch. Nein, das macht nichts, hat Anita gesagt. Nur Boris, der hat Bauchschmerzen bekommen, aber ich nicht. Wir standen auf dem Traktor und haben sie direkt in den Mund. Nein, man kann sie da nicht waschen. Und ich habe gerade in dieser großen Badewanne gesessen. Ja, Borea geht es schon wieder gut mit seinem Bauch. Und wir haben, später sagte meine Mutter einmal, dass sie diese große Farmerin namens Anita ins Herz schloss, als sie am Telefon meine Stimme hörte, obwohl sie von dem, was ich da erzählte, nicht so viel verstand. Danke. Danke dir. Das war ein sehr, sehr schöner Abend mit dir. Das fand ich auch. Ich hoffe, das war ein sehr, sehr schöner Abend für euch alle. Und ihr hattet alle so viel Spaß, wie wir hatten. Und du hast jetzt, ich glaube, sind wir dein erster Buchmessentermin? Ihr seid, also meine erste Buchmessenlesung. Okay. Und du hast jetzt ein volles Programm die nächsten Tage. Also man kann dich noch an mehreren Orten im Internet verfolgen. Es ist ja alles nur gestreamt, glaube ich, nichts live. Es gibt Interviews und weitere Lesungen mit dir. Und eine Postkarte schreibst du auch. Versprochen. Und wir wünschen euch allen einen schönen Abend. Wir werden jetzt noch ein bisschen heimlich weitertrinken. Und mit der schlecht gemalten Deutschlandfahne geht es weiter im Herbst, im Oktober mit Katja Lewina, die unsere nächste Gastautorin sein wird. Habt vielen Dank. Tschüssi. Auf Wiedersehen. Danke, Lena. Tschüssi auch von mir. Ciao. Auch von mir. Tschüssi auch von mir.